So ist das Leben Es ist nicht nur mir, denn im Abteil, da sitzen außer mir noch vier Rechts von mir der Mann ein wenig korpulent Nach der Art der Dicken sitzt er da und pennt Er schläft geräuschlos und so stürzt die anderen nicht Weil wie so oft mal wieder keiner ein Wort spricht Drei Stunden schweigen im D404 Und ich hab nicht mal ne Flasche Bier Wie gesagt, mein Nachtbepennt, langsam fühl ich mich bedrängt Denn inzwischen liegt sein Kopf auf meinem Hemd Gegenüber sitzt ein Typ, das ist ein Ding An der rechten Hand, man sieht's, da fehlt der Ring Ich könnt wetten, der fährt heute nicht nach Haus So früh am Morgen und dazu der Blumenstrauß Neben ihm der Darmfenster, der schaut nur durch die Scheibe und betrachtet die Natur So wie er da sitzt, kann ich sein Gesicht nicht sehen Ich glaube fast, der Mann hat irgendein Problem Drei Stunden schweigen im D404 Kein Wunder, wenn ich selbst Gespräche führe Fang ich laut zu reden an Denkt bestimmt gleich jeder Mann Wieso quatscht der Kerl nicht von der Seite an? Und da wäre noch die süße kleine Frau Vielleicht auch Fräulein, wer weiß das heut schon genau Doch gerade, als ich sie ansprechen will Schließt sie die Augen und ich bleib natürlich still Nun hält der Zug zum letzten Mal, wir steigen aus Ein Auf Wiedersehen quetscht jeder aus sich raus Das fehlte gerade noch, denk ich für mich Nein, besten Dank, denn schließlich bin ich doch kein Fisch Drei Stunden schweigen im D404 Letzten Endes lag das auch an mir Wie man's macht, macht man's verkehrt Den Versuch, was sicher wird Unwahrscheinlich, wie das an den Nerven zerrt Wie man's macht, macht man's verkehrt Den Versuch, was sicher wird Unwahrscheinlich, wie das an den Nerven zerrt So, das waren zwischenmenschliche Beziehungen Mal auf einer ganz anderen Ebene Ohne Herz, Schmerz, kein Mond schien Nicht einmal eine Nachtigall sang Das war Peter Tschernig als Reisender im D404 Der Deutschen Reisebahn mit Kommunikationsproblemen Keine Probleme gibt es bei der Gruppe GES Denn erstens geht's mit Musik alles besser Zweitens verbindet Musik Und drittens, also es ist überhaupt kein Wunder Dass bei GES alles gut läuft Obwohl ihr neuer Titel heißt, welch ein Wunder Ich gehe jetzt hinweg. Vielen Dank.